Hallo zusammen und herzlich willkommen im Wochenende. Heute ist der dritte dritte und ich habe euch ja versprochen, vorm vierten dritten, das heißt vor dem Tag, an dem der Rabattcode LordCommander5 bei JK Entertainment nicht mehr gültig sein wird, mache ich noch ein kleines Video zu dem Thema Was machen? Was machen Sachen? Was sollen wir kaufen in den nächsten Monaten? Und muss ich schon bis morgen Commander Masters, Lord of the Rings, Much of the Machines, The Aftermath, Much of the Machines etc. pp. gekauft haben? Ja, nein, vielleicht, was soll ich machen? Patrick, hilf mir! Jetzt! Hier! So. Die einfache Entscheidung vorab. Ich habe hierzu ein Video gemacht zum Winter Superdrop 2023 und die Emojis, die ich benutze, oder wie auch immer man sie nennt, sind eindeutig. No buy. Der Winter Superdrop 2023 ist gar nicht sooo schlecht. Er ist schon schlecht, aber er ist nicht so schlecht. Es gibt ein paar Karten, die cool werden und so, aber in der Anbruch der Sachen, dass wir heute die Complete Bundle bekommen, in dem Monat, March of the Machine, March of the Machine, Ringe, Commander Masters, ist das hier einfach ein No buy. Denn bei March of the Machines kommen auch schon wieder ziemlich coole Secret Lair. Heute einfach No. Kauft nichts, nicht für einen Cent. Schon habt ihr euch 3, 4, 500 Euro gespart. Weiter geht's mit March of the Machine, The Aftermath, nein, nur mit March of the Machine, nicht das Aftermath. Das hier ist die offizielle Wizard-Seite und gleich wird lustig, wenn ich zu March of the Machine, The Aftermath gehe. One Lair Stand, es ist ein Event Set, das heißt ähnlich wie bei War of the Spark. Es geht nicht um ein Plane, sondern um das Multiversum. Es geht um alle zusammen. Und zwar ist der Release am 21. April 2023. Es ist ein Standard Set, das heißt eine Woche vor, am 14. April, werden wieder die VPN Stores verkaufen können. wir sehen hier Chandra, Dragon und noch ein paar andere. Oh Gott, ich bin schlecht vorbereitet. Und das ist das Product Lineup. Es gibt wieder Set Booster, Draft Booster, Collector Booster, Commander Decks, Pre-Release Packs, Bundle, Jumpstart Booster, Jumpstart Booster, Set Booster, Draft Booster, Collector Booster. Und die sehen auch ziemlich cool aus. Vor allem hier Collector Booster gefallen mir wieder sehr gut. Und sie haben ein Slot Multiverse Legends, wo ein Raghavan drin sein kann in Dominaria, nee, im Kalilisch Inventions Frame und so weiter und so fort. Das kann ein cooles Set sein. Release 21. April. Ich kann euch sagen, beim Großhandel ist die Vorbestellfrist der 7. Dritte. Das heißt, diese Karten hier müssen am Montag bestellt werden, zumindest als, wenn man Großhändler ist. Das ist ja so der Indikator, den Wizards auch nimmt und zu schauen, wie viel müssen wir dann davon herstellen, wie beliebt wird dieses Set sein. Hier glaube ich, kann man ein paar Collector mitnehmen. Ich kaufe grundsätzlich nur noch Collector und Set Booster. Grundsätzlich. Also es gibt auch Ausnahmen, weil sie mir weniger Platz wegnehmen. Collector Booster kosten 200 Euro und nehmen weniger Platz weg als ein Draft Booster für 100 Euro. Display. Dazu gibt es noch diese vier Produkte. Pre-Release Packs, klar, wer spielen will, geht zum Pre-Release. Das ist die coolste Erfahrung, so ein Set zu erfahren. Dann die Bundle, ganz normal, diesmal kein Complete Bundle, kein Gift Bundle, Jumpstart Booster, okay, aber die Commander Decks sind auch sehr, sehr cool. Es gibt fünf Stück, relativ normale Preise, also 35, 40 Euro pro Stück und da sind zehn Plane Chase Karten drin. Wer das nicht weiß, was das ist, schaut euch mein einstündiges Video an, wie ich den First Look into March of the Machine mir anschaue. Das sind Karten, die die Spielumgebung ein wenig verändern. Plane Chase, einfach mal googeln. Sehr, sehr cool. Ich glaube, die werden sehr oft geöffnet, einfach weil Leute, die neuen Plane Chase Karten haben möchten, auch ohne im Zweifel das Commander Deck zu haben. Von daher, wenn es nur das hier gäbe, kaufe ich mir die Commander Decks und die Collector Booster und vielleicht, sagen wir, drei bis sechs Set-Booster-Displays. Aber Priorität auf einer Skala von eins bis zehn ist das hier eine sieben, einfach aus der zeitlichen Dringlichkeit, weil in vier Tagen Pre-Oder-Deadline ist und in einem Monat und drei Wochen das Set rauskommt. Wie geht es weiter mit March of the Machine? March of the Machine, der Nachhall. March of the Machine, The Aftermath. Das Lustige ist, es gibt schon für Lord of Rings und Commander Mars das hier so eine Wizard-Seite, für March of the Machine noch nicht. Das heißt, da kennen wir noch am wenigsten, obwohl es am 13. Mai erscheint. Und das hat ein ganz spannendes Line-Up. Wir haben Epilog-Booster-Displays, Sammler-Booster-Displays und Bundle. Und die hier haben auch noch Zeit bis April. Im April ist die Pre-Oder-Deadline, das heißt, die großen Shops, auch insbesondere JK, kann bis dahin noch bestellen. So. Und das hier ist auch nicht in dem Rabattcode Lord Commander 5 mit drin, das gibt es noch gar nicht bei JK, obwohl es am 13. Mai kommt. Es ist das übernächste Set und auch ein Standard-Set. Epilog-Booster führen die Geschichte zwischen Sets fort. Jeder Booster voller Geschichte garantiert eine Vollkarte und eine Showcase-Karte. Der nachher Epilog-Booster enthält 5 Karten in einer Kombination aus 1-3 Karten in der Seltenheit selten und höher und 2-4 nicht ganz so häufige Karten. Und ja, es sind halt 24 Booster pro Display mit jeweils 5 Karten. Wird ein bisschen günstiger sein als normale Displays, so um die zwischen 80 und 90 Euro würde ich sagen. Und dann gibt es noch die Sammler-Booster. 12 Marsch der Maschine Booster sind in einem Display enthalten. Jeder Booster enthält 6 Magic-Karten und eine doppelseitige Vollspielstand-Karte. Darunter 4 Karten, die selten oder höher sind und zwar nicht ganz so häufige Karten. Jeder Booster enthält insgesamt 5 oder 6 Vollkarten. Ja, man weiß noch nicht ganz genau, was man davon halten soll, aber es gibt Epilog-Booster-Displays und Sammler-Booster-Displays und es gibt noch das Bundle Epilog-Edition mit 8 Epilog-Bundeln. Wird so um die 30 Euro kosten. Das hier kostet um die 180, 190 Euro, glaube ich. Das hier ist noch nicht angekündigt. Es gibt noch keine Infos, außer The Royal Kenrith Funeral oder so. Also eine Karte wurde angekündigt. Kauft hier noch nichts, bestellt hier noch nichts vor. Ganz sachte, wartet mal March of the Machine ab in April und dann könnt ihr in aller Ruhe entscheiden, ob ihr March der Maschine danach herkaufen wollt. Gar keine Dringlichkeit, hier irgendwas vorzubestellen. Ich verstehe, dass es manchmal den Fingern juckt. Epilog-Booster und Sammler-Booster werden hier, glaube ich, interessant sein, aber ihr habt keine Eile. Ihr braucht im März euch nochmal gar keine Gedanken drum machen. Im April könnt ihr so langsam drüber nachdenken. Weiter geht es chronologisch mit The Lord of the Rings. Und das ist das Set, was seit ein, zwei Jahren krass antizipiert wird, krass gehypt wird. Wir haben coole Artworks, wir haben den Bayrock gesehen, wir haben Gandalf gesehen, Gollum, Samwise, Aragorn, Legolas, Gimli, Frodo, El, Adler. Ich glaube, das ist so, und den Ring natürlich, den Ring und auch den Hexenkönig von Angmar und Saurons Turm. Habe ich alles schon gesehen, freue ich mich riesig drauf. Aber ich freue mich jetzt noch nicht, weil es ist erst am 23.06. Es ist scheißegal, was bei Herr der Ringe passiert, zumindest im Mai und im April. Vorbestellen kann man den Mist bis Ende April, Anfang Mai. Chilt. 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 Prio-Skala March of the Machine in the Aftermath war eine 2 von 10. Das hier ist eine 5 von 10. Und zwar sage ich euch gleich, warum. Es gibt Setbooster, Collectorbooster, Draftbooster und in den Collectorboostern sind May Include Serialized Ring Card, was natürlich ultra krass sein kann, aber das Ding kostet halt auch 350 Euro. Und wir haben dazu noch Commander Decks. Mega geil, einfach Herr der Ringe, Commander Decks. Starter Kit, Okay, endlich mal wieder ein Starterprodukt, vielleicht auch mit einer Anleitung mal dabei. Jumpstart, Booster, Pre-Release Packs, Bundle und ein Gift Bundle. Ja, man hat hier eine ganze Menge auszusuchen und wenn ihr March of the Machine, wenn euch das nicht anspricht, dann packt, wartet euer, wartet mit eurem Kauf. Spart euer ganzes Geld für Herr der Ringe. Es wird sich nicht, ich wiederhole nicht, über Nacht verdoppeln. Auch nicht in einem Monat, auch nicht in einem halben Jahr, weil alle Leute antizipieren die Set. Aber es wird langfristig eines der besten Sets sein, die seit 2020 gedruckt wurden, denke ich, seit Beginn der Collector Display Era. Und es ist auf der Skala 1 bis 10 eine 5, weil ihr bis morgen die Chance habt, 5% Rabatt zu bekommen. Aber, wie gesagt, schauen wir mal weiter. Commander Masters, auf der Dringlichkeitsskala eine 1 von 10. August 4, nochmal, 5 Wochen, 6 Wochen nach Herr der Ringe, kommt am 4. August beim dreijährigen MTG mit Patrick Geburtstag, kommt Commander Masters. Und Commander Masters ist vollgepackt. Und Commander Masters ist geil. Und Commander Masters ist teuer. Set Booster Display, 370 Euro für ein Set Booster Display, 24 Booster. Seid ihr bescheuert bei Wizards of the Coast? Seid ihr, habt ihr sie nicht mehr alle. 370 Euro für ein Set Booster Display. Set Booster Displays von Modern Horizons 2 haben 200 bis 210 Euro gekostet. 370 Euro. Lächerlich, lächerlich. Die Preise werden ridiculo. Die Commander Masters werden krass. Allein das Sliver Ding und auch das Colorless Eldrasi Unbound werden mega cool. Enchantments und Painswacker hunden mich nicht so ab, aber Sliver und Devotion ne, wie heißt das? Devot, also Eldrasi Unbound werden cool. Sind auch teuer. Die kosten 75 Euro das Stück. Aber werden wohl cool sein. Haben auch neue Karten. Obwohl das eigentlich ein Reprint Set ist, hat es auch neue Karten. Collector Booster Display 200 Euro. Ähm, 200 Euro. So teuer wie Double Masters Collector Displays. Exakt so teuer eigentlich. 4 Booster mit 15 Karten kosten hier 200 Euro. Haben sie bei Double Masters 2022 auch. Die Draft Booster kosten, äh, aber auch mehr. Irgendwie auch 280 Euro oder sowas. Da verstehe ich nicht, warum die nicht genauso viel kosten wie Double Masters 2022. Auch 200 bis 210 Euro. Nein, die kosten 280. 24 Booster kann man mit Draften. Boom. Ich finde, übertrieben teuer ist dieses Set. Die Set Booster sind eine Frechheit. Die Draft Booster sind eine Frechheit. Ich konzentriere mich auf die Commander Decks und die Collector Booster Displays. Allerdings erst ab Mai, äh, Mai, Mai Juni. So. Und, ähm, ich zeige euch mal kurz, warum Commander Masters zu vernachlässigen ist. Das sind alle Karten, die wir kennen. Klar, das wird cool. Glaube ich. Zumindest die Commander Decks und die Collector Booster wahrscheinlich auch. Aber wir wissen jetzt, den Ur-Dragon, Capture of Jing Zhao und Jewel Lotus, 60, 170 Euro Karten in verschiedenen Varianten. Ja, aber was ist mit den anderen 700 Karten, die dann in das Set kommen? Wir wissen, bei March of the Machine, was jetzt das dringlichste aller Sets ist, kennen wir 21 von 233 Karten. Chandra, Jing Itaxias, Talion das Gitrockmonster, Fairy Mastermind, Galtan Maffrin, Omnas Locus of All, Moments of Truth, ein paar Lender Cummins, das hier ist das Aftermath, The Kenriss Royal Funeral und drei, vier Commander Karten. Und ein paar Plane Chase Karten, Tovashi, Isle of Vesuva und Spatial Merging. Selbst von dem Set, was als nächstes rauskommt, in sechs Wochen, kennen wir 21 von 233 Karten. Wir kennen eine Karte aus Aftermath und drei Karten von den fünf Commander Decks. Von Commander Masters kennen wir drei Karten in fünf Varianten. Von Herr der Ringe kennen wir nur Artworks und von March of the Machine, The Aftermath, kennen wir eine Karte. Die Zeit, in der wir blind Magic gekauft haben, ist vorbei. Ja, Double Masters war von 200 Euro direkt auf 260 Euro gespiked. und kostet jetzt immer noch 250. Aber das sind halt auch keine 100 Prozent mehr, sondern dann, wenn ihr 200 Euro reinsteckt, habt ihr am Ende 25 Prozent nach noch nicht mal einem halben Jahr Gewinn. Gewinn, du. Dominaria Remastered ist im Preis gesunken, obwohl es auch ein Reprint-Set war. Alle anderen Collector Booster Displays, Draft Displays, Jumpstart Displays der letzten zwei Jahre sind im Preis gesunken. Außer vielleicht Brothers War, wobei das jetzt auch irgendwie als Reprint wieder rumflog irgendwo oder Restock und Kamigawa Neon Dynasty, was einfach eine Ausnahme in den letzten zwei Jahren war. Habt mal keinen Druck. Bei JK Entertainment kriegt ihr immer vier Prozent mit dem Rabattcode High Roller. Nicht immer, nicht für die Ewigkeit, aber seit einer geraumen Zeit. Ab 300 Euro Einkaufswert. Könnt ihr also Commander March of the Machine, Commander, äh, March of the Machine Collector, Bundle, Set Booster, Draft Booster oder auch noch Phyrexia Euro B1 kaufen. Zieht von dem Preis vier Prozent ab. Hier 213,39 Euro, daraus werden 204,88 Euro oder so. Ähm, dann ist das ein guter Preis. Könnt ihr direkt eintüten. Wichtig hierbei nur, wichtig bei JK Entertainment, wenn ihr Pre-Order macht, kauft das individuell. Mischt keine Commander, March of the Machine, Vorbestellung mit Herr der Ringe, Commander Masters oder auch Phyrexia Euro B1, weil bei JK werden Einkäufe gesammelt. Das heißt, ihr bekommt das erst, wenn das letzte verschickt wird. Wenn ich hier zwölf Booster Displays March of the Machine Collector kaufe und ein Bundle Herr der Ringe kriege ich alles am 23.6. oder 15.16.6. Nicht im April. Das ist ganz wichtig für euch. Nervt euch nicht damit und nervt den Support nicht, dass ihr es getrennt haben wollt. Ihr müsst es stornieren, dann müsst ihr neu bestellen. Vielleicht gibt es dann keinen Gutschein mehr. So, warum ist jetzt Herr der Ringe und Commander Masters ein wenig differenziert zu betrachten? Hier gibt es gerade 5% Rabatt. Mit Lord Commander 5 spart ihr auf diese Preise 349,19 Euro, 169,74 Euro, 59,99 Euro, 286,14 Euro, 208,54 Euro, 5% und zwar noch bis morgen Lord Commander 5 wenn euch das wichtig ist. Wenn nicht, diese Preise sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber J.K. hat ja auch noch Konkurrenten, das heißt, ich glaube nicht, dass der Preis so volatil sein wird, dann verliert ihr ja keine 5% Rabatt, sondern erstmal nur einen. Also, wichtig ist mir, seid entspannt und dreht nicht komplett durch wegen 1% auf 208,54 Euro, was 2,85 Euro sind und kauft nicht im Februar oder März schon Sachen, die im August rauskommen. So. Ich wollte es einfach mal sagen, war mir eine Herzenssache. Ich persönlich habe noch nichts vorbestellt nach March of the Machine. So. Meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns ganz bald. Mit Complete Bundle, die kommen jetzt nämlich dieses Wochenende. Die Gleiche. Vielen Dank.